Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch meine Beauty-Favoriten vorstellen der letzten Zeit bzw. die aktuell absolut meine Favoriten sind. Ja, und ich fange jetzt gleich mal an. Das erste ist dieses Erdbeer-Spray hier. Das ist von Frutini und es ist wirklich, ja, es ist ein Körperspray und es riecht, also es heißt Strawberry Starfruit und es riecht also total künstlich und chemisch, aber ich mag diesen Duft. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch vielleicht kennt. Der riecht wie diese kleinen Ponys, mit denen wir früher, also die Mädchen zumindest, aber ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass so viele Jungs meine Videos gucken. Ja, wohin wollte ich? Genau, wir haben doch früher mal mit diesen kleinen Ponys gespielt, ich zumindest, und die haben so gerochen, also so geduftet. Manche so ein bisschen wie ein Vanillecupcake, die anderen wie Erdbeeren und so. Und so riecht das. Und ich finde das echt ein total süßer Duft. Und ja, man kann sich das schon auf dem Körper eben sprühen, aber ich sage jetzt mal so, also ich mache das auch, aber immer nur so ein kleiner Sprüher, gerade am Wochenende, wenn ich keinen Duft trage oder wenn ich halt zu Hause jetzt zum Beispiel bin am Abend. Dann tue ich das manchmal so hin auf die Handgelenke und ich finde das riecht echt so angenehm. Oder ich sprühe einfach mal ganz kurz so in der Luft. Wirklich toll. Kann ich nur empfehlen, Erdbeerduft. Dann geht's weiter. Ich bleibe mal bei den Erdbeeren und zwar von, ich hoffe, es spricht, ich habe echt manchmal ein Problem mit der Aussprache, ihr wisst ihr ja beim letzten Mal schon, von Trecklemoon. Dieses neue Duschgel Iced Strawberry Cream. Es ist eine Limited Edition und ich habe da schon welche zugeschickt bekommen und die sind wirklich ganz, ganz toll. Also das ist, ich habe jetzt hier den kleinen Duft, weil der große steht in der Dusche und ich habe es auch schon auf meinem Blog erwähnt. Die riechen so fein. Also das ist auch wirklich ein ganz, ganz toller Erdbeerduft und ja, so besser geht's gar nicht. Ich habe noch nie so ein gutes Erdbeerduschgel gehabt. Also es gibt mehrere, aber das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und das ist jetzt auch kein Geschleime oder irgendwie für die Firma. Ich finde dieses Duschgel wirklich gut. Ja, und ich kann euch ja schon mal verraten, dass ich eventuell bald ein ganz, ganz großes Paket verlosen werde, weil mein Blog und mein Kanal werden nämlich zwei Jahre alt und da wird es ein bisschen was zu gewinnen geben und wer weiß, was sich da drin so versteckt. Dann geht's weiter mit meinem Lieblings-Lipgloss momentan oder mit meinen Lieblings-Lippenprodukten momentan. Ich trage den auch gerade, bloß das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, vom Licht her. Ich sitze jetzt nicht vorm Fenster, sondern seitlich. Vielleicht habe ich deswegen auch ein bisschen blöden Schatten, aber es geht nicht anders. Und zwar ist es dieser Lipgloss von Galar in der Nummer 420 und es ist so ein richtig, richtig schönes Rot. Ja, geht schon fast ins Orange, ne? Ja, eigentlich schon, wir können eigentlich beim Thema Erdbeeren bleiben, weil es ist so ein Erdbeerrot. Kommt hin, würde ich mal sagen, wenn man das, ja, es ist ein Erdbeerrot. Und ja, ich finde die Lipgloss, also ich habe mehrere bekommen und ich finde die wirklich toll von Galar. Die halten lange, die sind nicht zu intensiv, die bappen nicht, die sind angenehm auf den Lippen und für mich ein absolut tragbares Produkt, was man auch wirklich so in die Handtasche tun kann und mal ohne Spiegel auftragen kann. Jetzt bei Rot vielleicht ein bisschen gefährlich, aber bei dem möglich, der dann nicht irgendwie hier ausläuft oder so. Also wirklich ganz, ganz toll. Nummer 420. Ich verlinke euch aber das Produkt unten nochmal. Und da komme ich dann auch schon zu meinem zweiten Favorit und zwar ist das von Yves Saint Laurent. Der Lip Tint nennt sich der. Ausgesprochen ganz anders, aber ich denke, man kann diese Packung, ich kann kein Französisch, man kann die Packung ganz gut unter den Lippenstift an sich gut erkennen. Und das ist die Farbe Nummer 108. Acht nicht, schreibt es euch unten hin, wie es heißt, dann könnt ihr es selber lesen. Und ja, das ist auch ein wirklich ganz, ganz toller Lippenstift bzw. Lip Gloss Lip Tint. Und ich finde die Farbe so genial. Das ist so ein, ja, Purple. Und ich mache das mal hier so auf den Handrücken, dass ihr es sehen könnt. Der ist nicht zu intensiv. Also die sind wirklich noch sehr natürlich, die Farben. Und das heißt natürlich, also nicht so extrem, aber voll die coole Farbe. Gerade jetzt für den Sommer perfekt, würde ich sagen. Dann geht es weiter mit einer Foundation, die ich momentan sehr gerne benutze, weil die sich a schön verteilen lässt und b einfach auch für mich von der Haut her der perfekte Ton ist. Und schön abdeckt, meine Rötungen vor allem. Und zwar ist es Dior Skin, Nude, ja, und Skin Glowing Makeup. Ne, die Foundation, genau. Und das ist hier die Farbe 030, die ich hier verwende. Schaut jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen dunkel aus. Ist aber wirklich perfekt für meine Haut. Und ich finde das wirklich, ist ja ganz tolle Foundation. Ich verwende eh immer mal die, mal die und habe jetzt eben mal zu Dior gegriffen. Ich habe bisher, glaube ich, erst einmal, aber es ist schon sehr, sehr lange her, eine andere Foundation von Dior benutzt, wo ich noch nicht geblockt habe. Aber die hier, muss ich sagen, ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich denke, die würde ich mir auch wieder kaufen. Ja, die würde ich mir wieder kaufen. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, meine Lieben, dann bin ich auch schon fertig mit diesem Video, mit meinen momentan, meinen aktuellen Favoriten. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ihr könnt mir ja mal unter das Video schreiben, was euch momentan so an Produkten gut gefällt und was eure Favoriten sind. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich lasse mich auch echt immer gern inspirieren von anderen Ideen, was ihr vielleicht gut findet oder ja, einfach so, weil ja, da kommt man dann auch wieder auf neue Sachen und ich lieb's, neue Sachen zu testen. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten und tschüss!